dann ist es jetzt wirklich die mitte das war das richtige ich muss mich besiegen ja ich habe ich bewältigt sie besiegt mich nicht okay ach so die geht jetzt mit mir jetzt freunde konnten wir jetzt gemeinsam die er besteht auf der wand geschrieben die wand okay das können wir auswählen wo er hinein gehen soll die zwei versuchen die zwei er kommt nicht zurück sehr gut dann geh du mal in die 1 warum nicht kommt nicht zurück die müssen wieder ausgeschehen hübsche schuhe habe ich mich ein bisschen erschreckt dann gehen wir in die drei er hat überlebt nicht was hat er den hat er den gegessen das gibt es doch nicht hüte hüte bahrt schön wenn es glühende zange ich würde auch die axt behalten aber das sieht auch nicht schlecht aus ich nehme die zange hier die nehmen wir beste war für ever na dann so kommen wir fahren so ich haben wir drei türen dämmel was der knopf lässt was aus wir haben wir wieder ein hebel ach du scheiße ich dachte es betätigt wird etwas ok den knopf haben wir drückt ok dass wir das mitnehmen und dann hier durch und dann ja komm lauf vielleicht ein bisschen schneller hier abstellen und dann ich wollte es nur noch mal einfach spaß und dann hier durch durch die mitte durch die türen großartig ja hier verstehe bleiben was besen in einem besen hat er mich verwandelt hier werde ich wieder gehittet schlag euch mit meiner knopfzange äh mitte mitte äh was ähm bosskampf verloren zu viele auf einmal verdammt Sehr, sehr viel auf einmal. Verdammt. Nein. Nein. Nicht nochmal. Nicht töten. Verdammt. Und. Da kommt noch. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Pass auf. Verdammt. Ich bin zu blöd dafür. Na komm, hinten, hinter dir. Aufräumen. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Kommt her. Einer nach dem nächsten. Nice. So, hab ich's überlebt. Wetter geht's. Nachdem wir hier aufgeräumt haben. Hm. Hallo, der Verkäufer wieder. Ja, das ist großartig. Hast du noch eine Waffe für mich oder noch eine Kleidung? Sehr gut. Ein Hammer. Das ist großartig. Den nehme ich doch. Ein Hut. Totkopf. Na, der Handkappe. Ach ja, ich nehme nachher den hier. Warum nicht? So, neu eingekleidet. Weiter geht's. Weiter geht's. So. Jetzt haben wir hier wieder drei Türen. Oh, ja, die Dinky hier, die sieht doch so ein Batsch aus. War das richtig? Das war so richtig, oder was? Frosch. Hat nämlich in Frosch verwendet. Jetzt können wir durch die Tür nicht mehr durch. Jetzt müssen wir die den Weg hier nehmen. Hm. Aha. Hüpft, kleiner Frosch. Äh, was? Drei. Drei Stößen. Ähm. Oh, sehr gut. Ich gebe noch. Aha. Ausweichen. Oh, wei. Jetzt müssen Sie den Hüpfen, den Froschen ausweichen. Ja, sehr gut. Dass das Spiel auch noch sowas kann, ist ja großartig. Na, komm. Ausweichen. Das schaffst du, Frosch. Jetzt gehst du hin. Ah, verdammt. Ich dachte nicht, dass der dort hinspringt. Na, komm. Das kriegen wir hin. Ausweichen. Warum muss ein Frosch eigentlich vor... Ach, verdammt. Muss ein Frosch vor Fischen ausweichen. Das ist doch hier. Stimmt doch nicht. Na? Ich kann das immer nicht so vorhersehen. Und bin dann... Na, komm. Wo der so hinspringt, kann ich das nicht. Jetzt. Na, komm. Jetzt aber. Na, komm. Noch ein bisschen. Fast da. Ah. Ah. Verdammt. Ich war doch aus dem Weg. Ich bin doch da weggerannt. Ich war doch... Zu blöd, um das zu schaffen. Erster Fisch. Zweiter Fisch. Wo Fische sind das? Ach. Dritter Fisch. Ich zieh das jetzt mit. Erster Fisch. Zweiter Fisch. Vierter Fisch. Fünfter Fisch. Fünfter Fisch. Sechster Fisch. Siebter Fisch. Achter Fisch. Leiter Fisch. Verdammt. Ich bin so weit gekommen. So weit. Ich bin so weit gekommen.